ein wunderschönen guten tag willkommen zur zweiten folge swingysport es geht natürlich da weiter wo wir letztes mal aufgehört haben mit dabei ist immer noch der schwabe hallo und die lissi hallo und wir haben uns diesmal ausgemacht wir treffen uns zuerst mal an der fahne damit es da spannend wird und lustig wird und jetzt kommt der dritte modi den wir noch nicht kennen also ein zeitmodus würde ich sagen vermutlich würde es sinn machen dass 300 sekunden nehme ich an adamry sind das also mindestens eine stunde das wissen wir ja alle und ich würde sagen wir springen jetzt einfach rein gucken uns gar nicht den himmel an wollt ihr eure hosenfarbe ändern oder seid ihr zufrieden ich meine zufrieden also nach der letzten runde schwabe bräuchte nicht katt braun er ist ja weggerannt hat sich in die hose geschissen aber gut wir springen rein jetzt treffen wir uns erstmal an der der mitte ja oh ich habe eine kiste bei dir gesehen wie das so eine kiste neben dir was war das der schwabe hatte da eine kiste neben sich aber was bleibt guck der hat da was jetzt bin ich ok da hat die lissi da was vielleicht weil sie wissen du brauchst hilfe wahrscheinlich sobald man an der fahne ist oder warten wir bis alle an der fahne ist ich muss erstmal gucken was das hier ist bitte aber ich glaube es macht nichts frage ist auch wann fängt die zeit an zu laufen wenn der erste hit kommt aber man sieht ja schon dass ein bisschen aufeinander gelaufen wird ich bin gleich da ich sehe schwabe da links schon nichts tun ich glaube da kommst du so sie müsste auch irgendwo kommen ja die kommt da rechts ja ich bin ja auch da denk dran noch nicht denk dran oh ok ich spring auch mal dass ich stehe so bleibt sie denn ich muss erst mal sie die schwabe die die person konnte er natürlich sagen die wir alle warten so dann sind wir jetzt wohl alle hier na dann wollen wir uns mal die rüber einlösen los geht's also kommt sie direkt zu mir ok weiß einfach wer es verdient hat beim ersten hit geht's los alles klar ich verstecke mich jetzt einfach und ihr trifft einfach nicht dann gewinne ich mit einem hit einmal ganz kurz die kamera drehen warum fuchtel ich denn eigentlich hinter mir rum das macht hey mich von hinten angreifen das ist so fies du hast doch dank kirk gesehen der wurde auch nicht von hinten angegriffen hey kannst du aufhört dich zu wehren ja gar nicht na wo bleibt ihr denn da und da doppel verdammt ich war natürlich der erste der von lissi getroffen worden ist das ist schon peinlich wow das ist ziemlich peinlich direkt wieder ein zurück ja ich glaube jetzt habe ich auch so ein bisschen was mit der wertdenken mehr verstanden ich du hast was verstanden ja was denn möchtest du teilen mit der klasse oder nee eigentlich nicht ich hüpfe mal lieber weg dass das gar nicht so nach rechts und links ist sondern eher so relativ weil wenn das wenn es halt hinterm körper ist dass es dann halt sich quasi um uhrzeigersinn dreht und gegen den uhrzeigersinn statt nach links und rechts zu schlagen zumindest hatte ich gerade so das gefühl dass das so funktioniert und der angriff damit ist ein drittel der zeit schon rum wir sind gut glaube ich ja ich muss ja meine krone wiederholen die steht im schwabe doch gar nicht ja ich muss ja meine krone wiederholen die steht im schwabe doch gar nicht weil jetzt habe ich raus mit gemetzeln benutzt er eigentlich das also nicht ab oder nicht ab wir haben doch nicht ab und wieder angriff hat er gut geklappt aber das ist glaube ich so ein bisschen von der bewegung her wie beim hand simulator ein paar von den leuten die es vielleicht das video sehen haben das schon im stream gesehen aber zusammen gespielt es ist sehr schwierig es erinnert mich aber auch an den goat simulator dieses rumgeflapse von körperteilen das ist der wackelarmige windhosenkamera angrepp erst du bitte aufwand hinten anzugreifen das ist nicht nett hier zeig ich mach ja nix ich komm ja nur angerannt ich möchte mich da mal so ganz kurz ein bisschen einmischen in eure Ede ja den krabbenstil hast du keine chance setzte gerne na guck dir doch mal die uhr an noch ne knappe minute und ich hab fast doppelt so viele treffer wie du korrigiere ich hab doppelt hast so viel doppelt fast nein nein ja ok ja ok ist ja ok ich lass dich in ruhe geh weg du wärst dich zu sehr ich gehe lieber der Lissi hinterher nein hey jawoll jetzt wird hier bisschen geschnetzelt die letzten 30 Sekunden der Sieg dürfte mir nicht mehr zu nehmen sein ich krieg meine Krone wieder hier nochmal ein bisschen hollos brügeln jetzt kriegen wir die 50 noch voll ich glaube ja nicht aber wir versuchen es ich versuch's wirklich auch wenn's nicht so aussieht komm schon vier Treffer noch komm schon tu doch was schlag ihn schlag ihn schlag ihn lauf lauf zu ihnen over time aber sie easy win für mich die können einfach nichts ihr merkt's ich kann leider nicht widersprechen ich würde so gerne widersprechen aber mal gucken ob wir jetzt den nächsten modus freigeschalten haben werden es sehen freigeschalten bist du jetzt der lord ja und 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 nö haben wir nicht king of the hill capture the flag und the floor is lava das heißt nein ist noch nicht eventuell gibt es die ja noch gar nicht wir können ja mal gucken was unter B so sagt in this mode lava slowly rises from the ground and the goal is to have the most points when everyone dies in that point rating a player for being as low as possible in the stage ja aber nicht wann's kommt ja capture the flag in this mode the goal is to find the flag and bring it to the center of the stage vielleicht so the center heißen oder? ja ja the selected number determines how many flags will be able to pick up also ganz normal sketch out of the deck in this mode the goal is to be the first to reach zero on your timer by standing next to in Ordnung aber wir können ihn noch nicht spielen ich versuch einfach mal eiskalt you haven't unlocked that game mode yet doch ich hab's eiskalt gemacht aber ich weiß nicht wann wir es kriegen werden welchen modus hätt ich dir da gern als nächstes wir haben jetzt alle mal gespielt die es gibt timed, last standing oder first two es ist mir geil first two first two also der erste bei 25 warten wir wieder bis wir uns alle bei den getroffen haben hab ich eigentlich einen Hut freigeschaltet für mein Versiegel? nein anscheinend nicht aber ich wechsle jetzt meine Farbe ich bin eiskalt boah ich geh mich jetzt so ein bisschen ins Pinke rein ich jetzt einfach mal mir so blau aus was ich eigentlich auch die ganze Zeit hatte aber wird mir ja nicht aus machen wir das doch mal ganz einfach ohhhh da hat er die Farbe seiner Seele rausgesucht sehr gut first two los geht's wir warten immer wieder zuerst zur Fahne oder? ich bin quasi fast da ich auch gut los geht's ich ähm lauf 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 und da bin ich aber wir stellen uns hin damit das cooler ist ah ich hab dich glaub ich gerade gesehen der macht äh du müsstest auch auf dem richtigen Weg sein ansonsten einfach selektieren und zum violetten gehen die violetten wissen wo's hingehen ich muss aber sagen ich steh ich wollte grad sagen ich stand bis eben noch eigentlich relativ gut da so lass mir ganz kurz mal das Brett durch den Kopf kommt jemand angetanzt schwarze Hose der schwarze Ritter quasi hoffentlich endet das nur nicht so mit den Gliedmaßen er hat den äh schwarze Hose in den Schwertkampf so okay äh wir sind alle da geht's dann los? seid ihr bereit? yes boah da kommt direkt der erste Schlag okay 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 ich hab's verstanden du willst es so hey doch nicht ich überleg denk dran es ist first two das heißt du solltest nicht wegrennen wenn du dich einfach ganz schnell vor mir schlagen lassen ja dann ist dieser Spiel äh dieser Modus schneller zu Ende ich krieg mal eine dritte Krone Angriff das ist die beste Verteidigung wie alle wissen doch komm doch doch ich bin immer derjenige der zuerst von Lissi getroffen wird ich weiß nicht ob das jetzt für mich spricht oder gegen dich ich weiß nicht wollt ihr mal bitte aufhören euch da irgendwie in der Abseits zu treffen und mitspielen Mama hat gesagt ich darf mitspielen so ey meine Mutter ruft eure an wenn ihr mich nicht mitspielen lassen könnt ich spiel noch mit dir ja ich versuch's ich versuch's ja wäre ich halt mache ich doch warum ja leider ist gut komm doch da kannst eh nichts das war jetzt echt hinter uns aber wir haben hier gleich den sieg sicher noch acht treffer das heißt einfach nur wildes gekloppe noch fünf treffer da wird verfolgt und damit mitgenommen schwarzhose das blut ist inzwischen gewonnen finaler hit das war jetzt einfach irgendwann nochmal irgendwas zu machen vielleicht vielleicht wir wissen es nicht ich würde sagen wir machen noch eine runde weil es war einfach zu leicht für mich zu überlegen wir können ja mal die poolzahl erhöhen wenn ich wüsste wie ja mal gucken wie hoch es ginge 200 ich glaube das wird eine lange folge nochmal auf first two aber dann wie viel 50 50 echt dann wird das eine überlange folge willst du das echt den leuten antun ja dann mach das halt schneller wenn du bei 50 bist hab ich vielleicht zehn dann machen wir einfach last standing von 40 ja dann haben wir noch mal einen anderen spielmodi der folge ich verstecke mich jedoch erst los wenn wir in der mitte sind oder also lauf kurz hin und hau dann auch dass es so ist dass wir alle direkt zur mitte schauen oder direkt hinter mir ich bin jetzt ich sehe euch da kürzen bin ich auch gut das ist ein bisschen früh dass du darauf so reagierst ich habe dich schon die ganze zeit bei schwerter schwingen und keine ahnung was verkniffen ja wir sind alle erwachsen ob ihr es glaubt oder nicht ich bin jetzt aber ganz kurz ein bisschen nach links wenn ich sehe wie schwarzhose kommt ist auch sein indianer name übrigens so ein sprung noch damit wir stehen aber im wunderschön mit gekreuzten beinen hier wir halten schon elegant ich weiß nicht was da unten diese das soll wahrscheinlich schuhe sein diese punkte ich glaube die geben einfach weil sie deine controller position an wenn du weiter auseinander gehst das könnte doch schuhe sein wobei ja dann hast du die schuhe aus also ich bin bereit ihr auch los geht's attacke und 40 schläge muss ich jetzt verteilen erster schlag direkt raus erstes opfer ist natürlich wieder schwabe komm hey ich bin wieder derjenige der den ersten hit von missy abkriegt das ist aber auch immer ein harter kampf bis ich überhaupt meinen wo ist er ich hatte eine relativ souveräne führung gehabt aber das dreht sich gerade so souverän ja das waren drei schläge oder so das ist bei dem spiel souverän die die statistiken haben ja jetzt springt auch mal weg du vollidiot hey hey hörst du mal auf jetzt hey das ist nicht gut hey hey was denn hast du ein problem ja ich kann mein schwert nicht steuern ja du bist doch nicht gewohnt ein schwert zu haben von daher so schwabe kommt da gerade nicht mehr weg jetzt hat er sich vorgekrebst guck nach vorne natürlich immer schön daran denken hier die kameraperspektive wieder mitzunehmen das ist nämlich die taktik ja das wisst ihr nicht was ich aber sagen kann falls auch irgendein zuschauer hier ist ich weiß es nicht die entwickler arbeiten auch daran einen online multiplayer einzubauen das heißt wenn ihr dann dieses spiel auch habt kann man das wunderschön online machen aber ich denke so für zwischendurch ist das durchaus eine lustige sache hier mal ein paar pünktchen abziehen ich habe das gesehen dass du da ankommst typisch schwabe gerade wieder von hinten an im schatten der Nacht deswegen auch diese dunkle Hose beim letzten mal hast du diesen Modus gewonnen ja das ist der einzige Modus den ich nicht beherrsche das ist quasi meine Achillesferse na komm schon gib mir doch mal einen Hit jetzt also nicht so nicht so nicht so nicht so warte ich habe noch einen übrig ich muss mal ganz kurz hier mal ein bisschen Pause machen wenn du zu nahe kommst stich ich zu das beste ist ja dass ich bei diesem Spiel immer lange in Führung liege weil ich es einfach nicht schaffe zu euch zu kommen und ihr euch erstmal gegenseitig aussticht 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 I see what you did there I see what I did there hey verdammt tja souveräne Führung würde ich sagen vom Kean das ist echt der Modus vom Schwabe äh dieses nichts tun und lauern das kann er wenn er sonst nichts gebacken kriegt ja jetzt sind mal wieder ein paar Hits gelandet ja gern geschehen jetzt jetzt schnell wieder weg ein Hits gelandet und wieder weg gehen komm doch komm lieber nicht komm lieber nicht komm lieber nicht jawoll nein 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 einstellige Zahlen sind nicht gut es dauert von mir weg ich will auch mitspielen du spielst doch mit du führst ja aber nur weil ihr es noch nicht auf mich abgesehen habt ich hab's auf jeden abgesehen jawoll jawoll mach weiter Lissi mach weiter vernichte ihn vernichte ihn schnell weg Hilfe Hilfe nein 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 lass mich in Ruhe sehr gut mach ihn fertig Pause Pause das giltet nicht Haus das giltet nicht lass mich in Ruhe jawoll jetzt muss ich schon noch Lissi fertig machen oh shit das kann ja nicht so schwierig sein komm schon komm schon na was ist noch ja nein nein oh verdammt oh verdammt nein 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 Tja sieg jetzt sein Können oder meine Punktzahl also mein Vorsprung ah da gewinnt Lissi zum ersten Mal zum ersten Mal ich würd sagen die Folge gilt gar nicht ich find die gilt nur ich find die gilt nur ich find du sendest du die denke auch naja ihr seid euch natürlich einig die verbrüdern sich wieder gegen mich das ist nicht schön ich hoffe ihr alle Spaß und seid beim nächsten Mal dabei bis dahin noch einen schönen Abend Tschau Leute Tschüss Tschüss tja 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 tja